Servus, willkommen zurück, äh, Getaway Black Monday, Stress, direkt wieder nächste Ding, wo man hin muss. Ich weiß noch nicht, wohin, aber ich nehme an, einfach geradeaus, weil keine Blinker an sind. Okay. Das ist nicht gut. Auf der Upper Brook bist du da oben. Ja. Und da fahr ich jetzt falsch. Das wird sich wohl zeigen müssen, ob ich falsch fahre oder nicht. Ja, ich bin richtig gefahren, nice. Das hatte ich nämlich, äh, glaube ich, als ich das durchgespielt hab mal. Das ist, muss ich jetzt geradeaus oder nicht? Dann fahr ich halt da lang. Danach rechts, links, mein ich. Ja, ich arbeite dran. Herrgott, der Timer läuft aus. Meine Güte. Wohin muss ich denn? Ich bin anscheinend falsch gefahren. Ich fahr mal nach unten lang. Rein da. Ja. Ja. Okay. Ich versuch's einfach mal unten lang. Vielleicht ist unten lang richtiger. Hey. Das ist hier in dem Spiel leider nicht ganz eindeutig. Ich bin falsch gefahren. Oh, fuck. Ich bin auf der Upper Brook. Sie haben ihn. Hier sind jede Menge Yaris. Die haben's auf mich abgesehen. Scheiße, ich hab den Verdächtigen verloren. Oder auch doch. Ich kann nicht nach links hier. Ich kann hier nicht abbiegen. Ich werd wahrscheinlich gleich wieder failen. Ups. Ja, ich komm da nicht rüber. Da kannst du noch so wild blinken. Und jetzt? Jetzt ist das Blinken weg. Soll ich der Straße weiter folgen? Nee, jetzt soll ich einfach nur normal nach links fahren. Okay. Entschuldigung. Ja, ich bin dabei. Äh, wo zum Fick? Ist es hier? Ist es hier? Nein, ist es nicht. Hä? Da vorne? Rechts? Keine Ahnung. Ups. Gut, probieren wir's nochmal oben rum. Und ansonsten, wenn ich's jetzt wieder nicht schaffe, dann mach ich das, bis ich da bin. Aber offscreen. Okay. Ist ja schön. Also, oben rum. Weiter. Gerade außen. Jetzt links. Ich weiß nicht, wo die Upper Brook ist. Die haben's auf mich abgesehen. Ich fahr mal da lang. Ich hab den Verdächtigen verloren. Vielleicht ist das richtiger. Anscheinend ist das richtiger. Okay. Ich versuch mal, dem normalen Straßenverlauf zu folgen. Wie ein normaler Mensch. Anscheinend ist das nämlich richtig. Ich bin einfach nur dumm. Kann natürlich sein. Hat er jetzt nach rechts geblinkt, weil ich auf der Buschspur war? Okay, das ist gut. Hier in normalen Straßenverlauf. Oh. Okay. Ich hab's hingekriegt. Entschuldigung. Ja, mach ich doch. Penner zu erledigen. Wie die reden. Das ist das Wort. Hey, ciao. Oh Gott, sind das... Oh Gott, zum Glück sind da ein paar respawned. Wo ist denn Tyler? Ich versuch das Auto hier zu klauen. Oh, das ist wieder respawned. Mein Gott. So, und jetzt nehme ich an die Richtung, weil da oben ist der Helikopter. Okay, ja, wo ist das Zielfahrzeug? Da vorne? Brabus. Ist es der hier? Oder? Nee, anscheinend nicht. Der Helikopter ist nämlich zu weit vorne. Da nach links. Ach du Scheiße. Wo ist denn der schwarze Brabus? Da nicht. Heulige. Nein, eigentlich nicht. Aber es ist nicht so leicht. Alter. Wo ist denn dieser verfickte schwarze Brabus? Nö. Glaube ich nicht. Juckt aber nicht. Ich hab grad andere Probleme. Muss die Mission hier... Heilige Scheiße. Mit der Steuerung ist es echt nicht leicht. Ich darf ihn nur nicht verlieren. Okay. Anscheinend bin ich wohl anscheinend noch nah genug dran. Was gut ist. Vielleicht ist der Helikopter auch als Hilfe noch... Keine Ahnung. ...gedacht so. Also ich möchte den Helikoptern echt mal so abbiegen sehen, bitte. Nein. Soll ich auch gar nicht. Hm? Oh. Anscheinend doch. Ups. Well, well, well. Okay. Cool. Jetzt krieg ich sogar ein schnelleres Auto. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das war ein guter Checkpoint. Das ist viel bessere Voraussetzungen als davor. Und die Autos fahren jetzt aus dem Weg. Oder bremsen. Ups. Entschuldigung. Vorsicht. Okay. Diesmal muss ich gucken, dass ich nicht ganz so viele Menschen zusammenfahre. Uiuiui. Ja. Fahrt's aus dem Weg. Danke. Außerdem mache ich mit Blaulicht, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr extra Dingens. Ah ja. Das ist ABS. Dadurch kann ich weniger lenken, wenn ich bremse. Das ist realistisch. Ich habe nochmal mehr extra Berechtigung, wenn ich mit Blaulicht fahre, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn ich hier mal ein Auto ramme im Vergleich zu, wenn ich mit einem Zivilfahrzeug fahre. Heieieiei. Also, das ist eigentlich gut, wenn man da direkt so viele Straftaten begeht, weil da hat man es leichter nachher. Ach, ich folge dem Helikopter und nicht dem Brabus. Okay, gut zu wissen. Also, der Helikopter ist anscheinend einprogrammiert, weil unter ihm, äh, oben, Dings, da war ein Blinker, als ich unter dem Helikopter war. Eider. Fahrzeit aus dem Weg. Was ist denn los hier? Du forst. Ja, ich kann sogar verstehen, dass er darüber gefahren ist. Aber er ist trotzdem in die falsche Richtung leider, äh, ausgebichen. Die weichen wenigstens nicht die richtige Richtung aus. Ihr habt anzuhalten, wenn ich mit Blaulicht hier langfahre. Haben die gerade so ein bisschen hin und her gewackelt, weil sie nicht wussten, wo sie hin sie ausweichen sollten. Aber immerhin, sie haben versucht, in die richtige Richtung auszuweichen. Das ist respektabel. Okay, äh, wo ist der schwarze Brabus eigentlich? Oh Gott. Das ist ein... Ja. Das war ein Unfall. Mein Bruder. Das ist jetzt kein Personenschaden. Werde ich noch einmal verfolgt? Ach, da ist der Brabus. Alter. Lad nach. Ah ja, wusst du das? Ah ja, das bist ja du. Hä? Ja, du steigst jetzt einfach mit ein. Hey Junge, du Pussy, fass mich bloß nicht an, sonst leg ich dich um. Oh, 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 oh. Stirb. Stirb, hab ich gesagt. Meine Güte, dann muss ich halt manuell ziehen, damit er stirbt. Äh, boah. So. Erledigt. Und jetzt nehmen wir ein Polizeifahrzeug und du steigst gefälligst mit ein. Das hab ich gesucht. Braver Mensch. Was ihr gerade gesehen habt, waren die Bremslichter, weil, äh, Bremse und rückwärts sind hier zwei Buttons. Das ist auch gut. Ich buchte dich ein. Wir beide werden jede Menge Spaß auf dem Revier haben. Gut, den durfte ich wenigstens überfahren. Oh Gott. Was ist passiert? Hey, stopp! Okay. Was ist der Vorteil? Kriegt Jamal jetzt seine Befehle von weißen Jungs? Alter. Jamal wird ganz nah an den Arsch aufreißen. Jamal, Alter. Ist das, ist das gewollt? Das klingt rassistisch. Was ist das für die Worteil zwischen den Yadis und den Russen, Tyler? Nicht unbedingt das, was man lieber auf den ersten Blick nennt. Ich sag nix, verstehst du? Ja, verstehe ich. Alter. Ja, das liegt vielleicht auch am Fahrzeug. Das Fahrzeug ist nämlich ein bisschen unfähig. Mit kaputten Reifen. Alter. Ja, dringend. Alter Goschen. Ich hab ein Problem hier. Schießen ne Menge Leute auf mich. Interessanterweise sind alle Menschen, die auf mich schießen, schwarz. Und ich hab nen komischen grünen Schleier. Mai. Ich mach's nicht mehr lange. Ja, das ist jetzt auch ein Problem, ne? Weil das sind nämlich ne Menge Leute, die auf uns schießen. Okay, anscheinend hab ich jetzt reduziert auf null. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich kann nachladen und mich in die verfickte Wand lehnen. Blöd. Da ist einer. Ja. Gut. Nochmal, äh, hier Health aufladen. Und dann müssen wir irgendein Auto klauen. Beziehungsweise, ähm, beschlagnahmen. Meinte ich, natürlich. Hallo. Bist du so freundlich, mir dein Fahrzeug zu geben? Seid ihr so freundlich, mir euer Fahrzeug zu geben? Ich glaube, die könnten so freundlich sein. Ist der Boy jetzt... Ja, er ist hinter mir. Der ist... Der hält gut. Oh. Da ist ein Dingens. Äh... Das hab ich gesucht. Steig ein. Danke. Da ist ein, äh, Motorradfahrer, der anscheinend angefahren wurde und schwer verletzt da rumstand jetzt. Absoluter Eskalation hier. Ei, das ist ein Problem. Okay, das ist gut. Gut, dass er die Rückmeldung gibt. Hier bringt sie tatsächlich was. Ja, ich kann hier nicht nach rechts. Ich kann da vorne nach rechts. Und das werde ich auch machen. Oida. Hat der gerade einen Menschen angefahren? Das ist nicht richtig. Äh, fahren wir einfach mal da lang. Ich dachte jetzt erst dann umdrehen. Aber nee, hier... Ja, ja, das war eine gute Entscheidung. Hier geht's nämlich noch weiter nach rechts. Ich dachte jetzt... Ich hab mich geirrt. Gut. Dann muss ich komplett umdrehen. Und da langfahren. Ah. Und die spawnen anscheinend priori. Das heißt, ich hab ein Problem. Ein gewaltiges. Ah. Muss sie abhängen. Oh, nicht nach vorne schießen. Ja, korrekt. Das sind sie. Das sind sie absolut. Wir haben ein Problem. Gewaltiges Problem. Oida. Und die sind auch direkt hinter mir. Und die werden mich auch so schnell nicht... Äh... In Ruhe lassen, nehme ich an. Bin ich der Meinung. Relativ festen Überzeugungen. Oh, Backe. Okay. Noch sieht's okay aus. Aber es wird immer schlimmer. Vor allem, weil das Auto... Nur mehr Schaden... Alter! Oh, das sind auch noch welche gewesen. Jeder einzige Mercedes SUV, der hier fährt, ist anscheinend eine potenzielle Gefahr. Cool. Das ist gut, dass sie sich eingemischt haben und durch den Frontal-Crash verhindert haben, dass sie mir weiter folgen können. Geht einfach nicht los. Ja. Das wundert mich auch nicht. Die fahren nämlich ziemlich fucking gut. Nicht ganz so gut wie ich, aber... Äh... Ja gut, dann sollte ich vielleicht auch einfach mal googeln. Das denke ich mal lässt sich ja googeln. Fuck. Ja. Korrekt. Alter. Alter! Meine Güte! Heilige, verfickte Scheiße! Die sind überall. Ist untertrieben. Für das, wie überall die sind. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Platten. Der nur noch nicht geplatzt ist. Das Fahrzeug lenkt sich nämlich behindert. Aber das könnte auch daran liegen, dass es einfach generell beschädigt ist. Wenigstens ist es nicht mehr weit. Das ist gut. Und dringend benötigt. Kann ich hier reinfahren? Nein. Das ist es nicht. Doch, ist es. Fahren wir da rein. Heilige! Ich verfahre dich hier fast, meine Güte. Da rein? Ja. Oh Gott, tatsächlich. Das war doch hier. Prügle. Ja, 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 ja. Dass der so brav eingestiegen ist. Ja. Hat sie gerade aufgelegt für den Effekt? Mitchell, wir brauchen Unterstützung. Inspektor, wir haben keine Zeit. Unterstützung zum Verstecken Carla im Use. Einheit 1 unterwegs. Ach, wir sind Einheit 1 anscheinend. Gut zu wissen. Uff. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder getimte Mission hier. Wäre komisch, wenn nicht. Fast schon. Uff. Äh, Gas. Oh. Das ist ein Problem. Ist denn die... Die haben hier gerade absolute Eskalation. Ist das... Ah ja, ich wollte gerade fragen, ob das Ding ist, aber... Ich muss genau da rein. Aus dem Weg. Hat da wenigstens geklappt. Aber das hat mich jetzt Zeit gekostet. Wenn die Mission getimed ist, habe ich vielleicht ein Problem. Machen Sie weiter, Team 4. Wir stehen vor dem Gebäude. Von außen sieht alles ruhig aus. Warten auf Anweisungen. Von außen. Gehen Sie äußerst vorsichtig vor. Finden Sie das Mädchen. Alter. Ich wollte gerade fragen, ob das alles an einem Tag passiert hier. Aber ich meine, das Spiel heißt The Getaway Black Monday. Ich nehme an, das passiert hier alles an einem Tag. Und da geht London anscheinend gerade unter so ziemlich. Hey, pass auf. Wenn Fußgängerweg... Wirklich? Wie viele Menschen darf ich zusammenfahren? Das wäre, glaube ich, ganz relevant zu wissen. Sie ziehen zwei Wegen rein. Ah. Oh, scheiße. Das ist ein Massaker. Ein Massaker. Sehen Sie die Zeugin? Ich sehe sie nicht. Nicht gut. Runter. Ja gut, eigentlich doch gut, weil sie nicht tot ist. Was ist das hier für ein Auto? Das Auto kenne ich aus Driver 3. Da. Mitstein Sie sich. Das Auto. Hier, Monroe. Dringender Ruf. Dringender Ruf nach Malibol. Ui. Verwaffnete Verstärkung zum Unterschlupf am News. Okay. Da ist ein bisschen ein Problem. Bisschen Stress. In Houston. Ja, ich gebe auch Gas und versuche irgendwie irgendwo hinzukommen. Oh Gott, ey. Der fährt da im Weg rum. Wenigstens kann ich ihn jetzt überholen. Bin ich jetzt da? Nein. Ich bin falsch reingefahren. Ich habe den Blinker falsch interpretiert. Ups. Hier nach links. Bin doof. Zu meiner Verteidigung, es ist bei dem Spiel nicht immer ganz falsch so zu denken, aber trotzdem bin ich doof. Ja, ich glaube auch, dass ich die Mission hier wiederholen müssen werde. Ich komme an dem nicht vorbei. Doch, komme ich. Oh, da. Oh, da. Gott, die Türken. Oh, da. Ne, das schaffe ich nicht mehr. Sag ich doch. Oh Gott, Halleluja. Okay, machen wir das nochmal. Diesmal muss ich noch schlimmer fahren. Okay. Direkt das Blaulicht an und direkt Gas. Ja. Okay. Diesmal ging es hier vor allen Dingen schnell durch. Das ist wichtig. Okay. Hat geklappt. Alter. Ja, und der ist geskriptet. Ich sehe schon. Das ist genau das selbe Wagen, wenn ich mich recht entsinne. Oida. Warten auf Anweisungen. Gehen Sie auch fast vorsichtig vor. Finden Sie das Mädchen. Entschuldigung. Entschuldigung. Der sitzt bei mir im Wagen und erteilt mir keine Verwarnung. Anscheinend ist es jetzt hier gerade relevanter so. Alter. Fahr alles kaputt. Dieser Wagen hier. Den bin ich mir sicher, dass ich aus Driver 3 kenne. Dass das derselbe Wagen ist. Das sieht nämlich echt ähnlich aus. Ja. Sehen Sie die Zeugen. Ich sehe sie nicht. Okay. Entschuldigung. Oh oh. Klingt nicht gut bei denen. Mach ich doch. Ich fahre den verfickten Wagen zu Schrott. Dadurch fährt er auch noch langsamer. Das ist natürlich nicht gerade hilfreich. Ich gebe doch Gas. Ich gebe doch alle Mühe. Es ist nur nicht so leicht. Oida. Okay. Ich bin weiter als vorhin. Das ist gut. Weiter geradeaus anscheinend. Weiter geradeaus. Ja. Weiter geradeaus. Oh Gott. Okay. Ja. Ich hätte vorhin nur offensiver fahren sollen. Das habe ich irgendwie nicht gepeilt anscheinend. So. In Anführungszeichen nicht gepeilt. Ja. Danke. Jetzt habe ich eine Sirene auf dem linken Ohr. Kann ich auch Rennen umschalten? Anscheinend nicht. Aber ich kann eine coole Rolle machen. Ich bin noch da. Direkt hinter euch. Ja. Ja. Ich würde gerne. Okay. Oh oh. Alle kaputt. Schuss. Oh. Ja. Ich sehe es. Menge Tote hier. Au. Aschloch. Blödes. Den müssen wir jetzt wahrscheinlich verfolgen. Oida. Ist das nicht ein Druckler gewesen? Oida. Was zum Teufel. Ups. Hier wollte ich. Halt den Maul. Ich töte wen ich will. Ich bin Mitch. Ich bin Mitch. Wir haben eine Geiselnahme. Lassen Sie ihn gehen. Ah. Timer. Entschuldigung. Äh. Das. Aber wir sind gerade in der Verfolgung. Und das möchte ich euch jetzt eigentlich nicht nehmen. Ist der jetzt hochgelaufen? Ich glaube schon, oder? Zielperson ist weiß, männlich, braune Lederjacke und Hut. Ja. Weiter in die Richtung unterwegs. Also der. Ich habe ihn nicht verloren. Ich bin richtig gelaufen. Zu meinem Glück. Ui. Das war ein guter Schuss. Mitch. Sehr guter. Zielperson ist am Boden. Nicht schießen, dann wird niemand verletzt. Au. Bin an dem Wichser dran, der auf Monroe geschossen hat. Verfolge ihn zu Fuß. Spring. Alter. Alter. Ich habe richtig. Alter. Ist das hier? Brutal ist das. Ich brauche eine Pause. Ja. Oh. Oh shit. Okay, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben. Gut. Aber das ist ein guter Screen, um an der Stelle mal den Part zu beenden. Im nächsten Part mache ich es dann richtig. Bis dann. Für Gott. Servus. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.